wie in diesen kleinen spot hier reinkommt und es ist wirklich einfach denn und ich zeige euch jetzt wie er geht einmal hier hinstellen sprinten springen drutschtaste bevor man die wand kommt pause und man ist drinnen leute hat sich wirklich nicht geändert er ist gleich geblieben ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß damit und erfolgreich ich hoffe mit den zwei klicks rausgekommen sind habt ihr viel spaß lassen aber und like da